Oh! Oh, ich habe jetzt nicht Platz gehabt! Oh, ich habe noch viel Platz gehabt! Schade! Oh! Was, Mitten hat mir was zu sagen? Nö. Alles gut. Oh, oh, wo kommt er denn? Oh Gott. Dann halt nicht. Wo ist das Portal-Schwein? Komm. Wie kann ich ihn da treffen, sag mal. Ich hab Zeit, in den Chat zu schauen. Na gut, dann hör ich ja doch mit nach. Was sagt er denn? Er hat seine Taktik geändert. Jetzt lässt er sich nicht mehr täuschen. Wird schwer werden, ihn zu besiegen. Aber gegen Tiere lässt man am besten Tiere antreten, oder? Ich hätte da eine Idee. Na gut. Ja. Na gut, was für eine Idee hat sie denn, Mensch? Das war Anspringen. Das macht ein Hund. Erstmal Anspringen. Was? Schieben? Mach ich doch. Ich lass mir jetzt von mit einer Hälfte, aber irgendwie will ich nicht so ganz. Das Schöne ist, es funktioniert nicht. Wenn ich A gedrückt halte. Oh, komm schon. Achtung mit einer Sand. Ja, und dann steht da A für Schieben. Das drücke ich. Aber das macht er nicht. Das ist wieder ganz komisch. Gedrückt halten oder schnell drücken, oder was? Ich drück's halt nur einmal und dann passiert nicht. Macht er nicht. Das jetzt halten oder... Oh, Kinder. Das wird wahnsinnig. Ja, komm jetzt. Entschuldigen Sie, ob das ist mit der Hälfte. Macht er nicht. Das jetzt halten oder... Oh, Kinder. Das wird wahnsinnig. Ja, komm jetzt. Jetzt geht's ihm wieder nicht. Das ist... Mäusenwerk. Ich versteh nicht, was... was da nicht hier läuft. Halten. Okay. Mach ich. Ach, komm jetzt. Das ist Schwein. Pass, werfen. Weiter. Ja. Weil es mit Pfeil und Bogen nicht funktioniert, weil er dann ausweicht, Strapsherry. Dann ist er weg. Und dann geht das nicht. Oh. Ja, weich halt aus, statt hier... Na, gehen wir mal. Mal's noch. Sehr schön mitnacht. Ah, die Wampe beißen. Geil. Der Lump. Ja, danke. Es ist irgendwie aber doof. Ich hab's wirklich immer gedrückt. Und dann macht er einfach nix oder weicht aus. Oder... Hab ich halt vielleicht den Stick ein bisschen zu sehr mitbewegt. Und... Na ja. Ausreden. Inkompetenz. Ausreden. Moin, Oserberg. Bist ja auch da. Päuse melken. Genau. Etwas Ertragloses. Haben wir jetzt nicht noch einen auf. Boah. Jetzt krieg ich hier noch... ...ein Flash. Es war mir klar, dass es noch nicht vorbei ist. Gern, dann muss man in seiner menschlichen Form kommen. Phase 3 von... Ja, Bahn 90.000. Prinzessin? Ich... Ich... Sag jetzt nichts, Widner. Es war zwar nur für eine kurze Zeit, aber euer Herz und meines waren eins geworden. Was waren denn meine Leiden verglichen mit denen, die ihr auf euch genommen habt? Oh, so gütig. Damn, pretty. Oh, da hat man die Knie. Oh, die Beine streng. Oh, jetzt geht's ab, ne? Oh, was ist passiert? Ist er jetzt schon fertig? Nee. Oha. Wir füllen mit nah. Ja, Link kann ja. Der kann ja auch... Tee! Ha! Also, der kann schon schreien, ne? Link kann schreien, aber er kann nicht reden. Oh. Ja, der kann auch sterben. Sterbe, komisch. Doch nicht, dass er mitnach besiegt hat. Oh wow. Der Kerl ist hartnäckig. Ihr Lichtgeister, die ihr mit eurer Macht die ganze Welt erstrahlen lasst. Ich bitte euch, verleiht mir die Kraft des Lichts, auf das ich das Böse besiegen möge. Okay. Hat er mal gerettet, ne? Kloppe. Jetzt gibt's Kloppe. Die sieht auch ein bisschen komisch aus, die Lichtgeister. Sprechen von Spielfiguren, die sind nicht so rar. Naja. Aber sie sind ästhetisch, finde ich. Also, man kann auch Spielfiguren ästhetisch finden. Nicht attraktiv, aber ästhetisch. Hübsch, schön und so weiter. Es gibt auch Leute, die lassen sich sowas als Vorlage. Äh, Bruga, ja, hallo, du bist der ausgewählte Held. Leih auch du mir deine Kraft in diesem letzten Kampf. Da gab's mal so ein Video, Zelda gegen, äh, Peach. Kennt ihr das? Die haben ja beide schon was drauf, ne? Ich werde versuchen, Ganendorfs Bewegungen mit meinem Lichtpfeilen zu verlangsamen. Okay. Nimm ihn ins Visier und bleib nahe genug an ihm, dass meine Pfeile ihn erreichen können. Kampf zu Pferd, das musste ja sein, ne? Wow. Du hast den da ja auch. Weiter steigend runtergefallen. Nicht nett... Mich auch mit Pfeilen schließen, oh nein. Warte doch mal. Keine Section auf, warte paar 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 paar厲害en. Die holen mich vom Pferd… Aber nicht nett. Nein. Aber mir bin ich neben dir. Das ist die schlimmste Phase des Kampfes. Okay. Ich merke schon, die sind wilde Geister, ne? Wir wollen einfach Pferd runter. Aber erwartet immer nicht, ne? Oh nein. Ich hasse die Geister. Ich hasse die Geister. Meine Güte. Komplätze, jetzt hau mal bisschen rennen hier. Nicht runter. Ich kann nicht mehr Sprit und mach langsam jetzt auf den Teller. Du könntest schon mal ein bisschen Mühe geben beim Ziel. Männchen. Oh, meine Güte, ey. Ich treffe ihn halt nicht, ne? Das ist unglaublich lustig wahrscheinlich. Ne, nicht wieder die Blöden. Das Pferd ist zehnmal so groß wie Plätze. Das ist unfair. Ich schlag die ganze Zeit. Ja. Leider ist alles schwer drauf. Aus. Weiter. Ja. 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 Das ist das. Ja. 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 Achso, dann fahle ich halt mal runter. Ja. 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 Schön. Ich finde die Pferdesteuerung hier nicht so geil. Ich finde generell Pferdesteuerung nicht so geil. Red Dead Redemption hat es gut gemacht, aber weder Witcher noch Zelda mag ich mit Pferd. So gar nicht. Ja, lach mal. Mit dem Gesicht würde ich nicht so lachen. Und die Haare. Du kämpfst sehr gut. Naja. Aber genug Palabert. Ich habe nur einen Wunsch. Mit dieser schändlichen Klinge will ich alles Licht der Welt endgültig zum Erlöschen bringen. Ach, wenn es sonst nichts ist. Hat ja fromme Wünsche, der Mann, ne? Komm, Zelda, du schießt von hinten. Vielleicht doch nicht. Vielleicht guckst du da auch nur zu. Was will ich was wissen, Gabber Metal? Dämonenkönig Ganondorf. Ja. Nice. König. Ja, fang mal rein. Oh. Du hast Chance. Anläuft und rettet. Oh, Angelraushol. Jetzt ernsthaft oder mich verarschen? Du wirst mich doch verarschen. Ich mach's ja. Ich mach's auch, weißt du, ich bin so doof. Aber, du, du kannst ... Sein beschlächer. Lang ziehen, Sau. Au. Das ist ein Penner. Oh mein, ich glaube, ich lege mir mal hier eine Flasche, die nur. Oh, oh, oh... Ich kriegt's voll... Ja. Ich weiß, dass du jetzt eine Fehl drin bist. Okay. Dann hat er keine Fehl... Du musst die Chance... Jaja. Also jetzt. Oh, ne Fehl! Wow... Oh man, ich glaube ich leg mir immer hier ne Flasche, die nur... Oh, oh... Ich kriegt's voll... Ja. Ich kann, dass du jetzt eine Fehl drin bist. Okay, dann hat er keine Fehl. Das ist die Chance. Ja, ja. Also jetzt. Jetzt nimmt sich die Chance. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Oh, jetzt drücken wir die an, wie sie an das so loslassen. Dann geht das mal. Wer zum Penner, ey. Ja, vielleicht kann ich hier mit der Flasche fragen. Ich probier's mal, warte. Oh, ich wollt's probieren. Guck. Hey, komm in die Flasche! Komm in die Flasche! Gerne, komm in die Flasche. Oh, komm in die Flasche. Okay, jetzt mach. Okay, ich hab A gedrückt, aber es hat nichts geholfen. Oh. So geht das. Du kleiner Penner, komm her. Oh. 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 Pass auf, Kerne, ne. Pass auf. Mach mir die Flasche. Mann, Hellboy! Ich hacke gerade gerne an hier. Ja, krass, wie gegen Flaschen unter anderem das Hauptkorn. Der hat so ein Penner, ey, ganz ehrlich. Ausrüstig. Ich lache gerne. Dann hat man echt Schnee gefehlt. Ja, die ist sehr sexy. Sehr sexy, ja. Die ist gerade voll im Trend. Again, jetzt komme ich hoch, ich schaue es nur zu. Ich will nicht schaunen. Boah, der Fuß ist eingeschlafen. Ah! Ah! Und ich schmeiße mein Gaphead runter. Geil. Oh, das war's schon. Geht mir bestimmt auch, sag mal mir. Den hat er ja von mir gerne. Oh, Fangstoß. Ging sogar. Oh mein Gaphead. Ja, das war's. Glaub ich. Noch eine Phase, bitte. Das schreie noch ein bisschen. Was? Was ist deine Bluse kaputt? Geschifft. Ein Trollerino. Ja, ist ja gut. Ich verstehe ja Spaß. Ihr seid so Penner, ey. Ich hab jetzt echt gedacht, ich probier mal die Angel. So aus Juxfordalerei. Und am Ende wäre es noch gegangen, ne? Stell euch mal vor. Denkt nicht, dass dies das Ende sei. Bäh! Die Geschichte von Licht und Schatten wird mit Blut geschrieben werden. Es ist ja kinderfreundlich, Thomas. Huska. Wölf. Sechs. Packung rumstehen. Was mit der Angel geht, aber nur in der Blockphase jetzt. Ernsthaft? Ach komm. Rikyo. Okay. Ich bin creepy. Mit der Angel war ein Glitch in der Wii-Version. Okay. Ich mach gleich Schluss, Hellboy, wenn das hier fertig ist. Ich hab schon eine Stunde überzogen sogar. Das ist Meisterschwert, Königsnudel. Du hast angefangen zu weinen an der Stelle? Ernsthaft? Das ist doch der Schmucke. Der muss doch sterben. Tanto hat gerade seinen Gott getötet. Achso, weil er hier so... Ja. Krass. Guck mal, ist ein F hier in das eine. Ich lad's ja hoch, Hellboy. Wird zwar noch ewig dauern, bis es oben ist auf YouTube, aber ich lad's hoch. Tanto ist immer noch in der Schattenwelt, Riumi. Denk ich. Die Hand, ja die Hand. Ne, ich fand dieses... Mit den Hühnchen fand ich schlimm. Ja gut, Staubsauger. Gerne noch. Ist ja nicht tot. Das war ja nur eine Manifestation des Bösen und des Gottes und sowas, ne? Also ich denke mal, der ist sowieso nur eine Reinkarnation von einer Reinkarnation. Okay. Ach, da ist er, Tanto. Ich dachte, der ist in der Schattenwelt. Ach, das ist Midna? Okay. Na ja. Ja, auch Marcelo. Dankeschön. Schönes Wochenende noch. Papp, 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 papp. Echt jetzt? Ich find's dir nicht so geil, ne? Nee, ich find's dir... Ich fand's dir vorher schnuckeliger. Was ist? Sag schon was. Ich fand's dir vorher schnuckeliger. Oder hat dir meine Schönheit etwa die Sprache aufschlagen? Außerdem ist er sehr eingebildet, ja? Das war ein großer Moment. Du hast bei jedem Zelda-Ende geweint. Königsnudels-Tränen-Moment kommt auch noch. Okay. Ist doch fertig jetzt, oder? Ist doch fertig. Klingt wie eine Sims-Figur, ja. Hier auch, Blood Nuke. Abspann abwarten. Okay, wie lang geht der noch? Weil ich höre nicht bald Schluss machen, Leute. PP. Voller Trusses. jetzt muss ich dritte machen du hast noch so viel zu lernen über die welt von zelda hat es kann gut sein ja das werden wir auch wenn wir gemeinsam lernen weil ja ich werde mich nicht ausschlafen ich bin morgen wahrscheinlich um sechs warst du kannst du mir nicht geben feierfist warum das denn der nächste stream ist am sonntag dann mache ich wieder south park grillhülle dauert nur circa drei stunden ok dann ist fertig fertig ja die kämpfen wieder freuen sich nächste woche wahrscheinlich staubsauger wenn ich es mit dem audio hinkriege ich brauchte noch eine 3,5 meterbuchse an rechner dass sie den tag hören man kann ja anscheinend nicht ablegen samami um jetzt geht es sonntags los ich habe es so oft geändert in letzter zeit guck einfach das steht irgendwo hier unten steht auch wenn der stream aus ist bei offline irgendwo ist einfach episch ich habe deswegen geweint neuntag zwölf uhr god geils ich muss auch so viel machen nacht mina die szene kam nach den credits ok ja wie immer staubsauger 14 uhr sicher eingeschrieben den plan freitags von 12 bis 22 und sonntags von 14 bis 14 bis 22 am freitag und 12 bis 19 am sonntag ich will jetzt keine falschen infos geben ob das ist dein lieblingsmoment füllungsnudel ok die drillhöhle im heldenmodus das ist noch nicht ne bitte mach ich auch nicht ich habe für mich da überhaupt keinen Anreiz danke Scholli wie was schon du ich cute kitty pet das waren 34 stunden glaube ich oder 33 oder 34 stunden ja easy lego ne mit den bongos hast du gespielt ne mit der move steuerung oder mit der eistüte dann war umprogrammiert für die Wii dann ging das was ist ja echt drillhöhle ooooh Herzchen ich finde es immer süß dass Herzchen eigentlich Sex darstellen ne ging es einmal die drillhöhle ohne Heilung schon mal gespielt eigentlich könnte man ja immer die Rüstung also kriegt man da Geld in der dringelhöhle da kann man immer diese Rüstung anziehen oder die Rubin Rüstung das wäre schön Samami wenn du öfter reinguckst das würde mich freuen 5 krass ich wollte gerade sagen ne das ach die Bean streamen ja jetzt ja sagt man schönen Gruß wenn die das lesen sagt man schönen Gruß vom Bruga alle 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 sagen schönen Gruß vom Bruga bitte ich hab den Dennis gequatscht am Mittwoch oh jetzt Speedrun oh ne ich bin gar nicht mehr aufnahmefähig jetzt äh um 11 Uhr Gamer Medal machen die Knaller durchgenommen Dark Souls 3 ist vielleicht sehenswert ich weiß nicht wer mitmacht aber es sind ja insgesamt vier es macht Dennis, Eddie, Ben und Colin glaube ich ja also ich mache jetzt gar nichts mehr ich werde mich jetzt gleich zu Lia ins Bett legen ich werde noch ein paar Uploads machen für morgen ein paar Thumbnails Kommentare habe ich von gestern noch nicht das ist furchtbar ich habe so viel noch nicht gemacht heute das ist mir aufgefallen die Beans die sind alle so dünn ne ich habe die umarmt die sind nicht halb so breit wie ich die sind richtig richtig dünn aber die kommen ja auch nicht zum Essen ne die arbeiten so viel die essen ja nicht ich esse ja während der Arbeit von daher Nacht unserer Berg dir auch schönes Wochenende ach wie sieht alles so happy und herrlich aus doch happy end wie das andere sind nur die Stellvertreter also gut es ist Zeit Abschied zu nehmen am Ende müssen Licht und Schatten voneinander scheiden aber vergesst nicht das heißt ihr Kappa Durantus ich habe ganz schön Muckis dass neben eurer Welt noch eine andere Welt existiert äh Wahrheit Wahrheit Licht und Schatten das sind zwei Seiten derselben Medaille untrennbar miteinander verbunden ich habe eine extrem verstärkte Bauchrüstung ja dass die Göttinnen Hyrules uns den Schattenspiegel hinterließen geschah gewiss damit wir uns begegnen können was ist Madeleine oh man davon bin ich überzeugt jetzt kommt's was was los Madeleine Prinzessin Zelda ihr seid ein guter Mensch wenn alle Bewohner Hyrules so sind wie wir wird dieses Land sicher eine strahlende Zukunft haben echt jetzt das findest du rührend Königsnudel was denn Madeleine was was meinst du gerade ich danke euch von Herzen ich danke euch von Herzen und ihr habt es ja selbst gesagt solange der Schattenspiegel existiert ist der Weg offen zwischen unseren Welten ne wirklich die Bohnen sind super Leute unterstützt sie auf jeden Fall Uga immer schön die Streams gucken auch gerne donaten Mann ach jetzt geht's los oh nein sieht sich nein das Spiel muss aufhören dann könnt ihr bei den Bohnen weiter gucken achso meinst du das auch mal höllte ich das auch mal halt mal die Schnauze ha 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 haha sehr schön dick okay ich kann's verstehen was ihr meint ich will nicht dass die Schattenwelt jemals wieder in die Lichtwelt eindringen kann vielleicht kann sie nicht dafür garantieren dass es nicht passiert okay cute ah sie ist eine Lügnerin warum denn sie will die nur schützen naja man kann sie verstehen oder sie ja gut das Richtige finde ich vielleicht aber weiß es nicht keine Verbindung mehr zwischen den Welten hm Dego was machst du mit dem Sekundenkleber achso ja Venom dir auch ne gute Nacht Irgendwie wird's wieder klappen mit der Schattenwelt ich weiß noch nicht ich kenn die Law wie gesagt nicht aber da gibt's hundertprozentig noch ne Möglichkeit ne es gibt keine Splitter mehr die haben sich aufgelönt na klar Samami ja genau ne Stunde jetzt ne dankeschön dankeschön jo viel Spaß bei den Bohnen Leute kommt noch was oder kann ich mich hier schon mal verabschieden von euch ja Gary Yumi nächste Woche wie gesagt Freitag geht's los mit Ocarina of Time 3D für den 3DS äh und morgen äh übermorgen meine ich es ist noch nicht morgen es ist noch nicht Samstag morgen streamt der Wiki äh könnt ihr auch mal reingucken gerne gerne und am Sonntag machen wir weiter mit äh auspark was wenn man quälack easy killt ja am besten viel physischen Schaden ne Hallon und Eddy zocken oh cool sagten Gruß ne immer schön schreiben von Bruga in den Chat das wollt mich gerne Aldiko ist fertig gerne es hat mich echt gefreut dass ihr da so mit bei wart ich hab erst gedacht Zelda wird nicht bei mir laufen im Stream als Let's Play hätte ich's gar nicht machen wollen aber also ich muss sagen ihr seid echt cool gewesen die ganze Zeit im Chat nice 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 ja wie gesagt dann auf Rocket Beans TV und den Stream gucken ne macht da macht da macht da alles klar Leute vielen vielen Dank nochmal dass ihr so lange dabei wart und auch mit mir das ganze erlebt habt fremd was süßes bis morgen ich bin raus aber das Spiel lass ich ein bisschen laufen ich bin raus mit mir Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020